Test, Test. Okay, er nimmt wieder auf. Wir sind zurück mit mehr. Und wir sind hier. You did it! Zero Kilometers remaining. Und oh mein Gott. Was ist das? Oh, ähm, ähm, was? 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 Lauf, 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 Megamen Drache, Megamen Drache, Megamen Drache, Megamen Drache. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott, der Megamen Drache. Oh nein. Wie lang ist denn das noch? Ops! Ops, 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 ops. Das war ein schöner Kerl. Äh, tot. You did it. Null Kilometer remaining. Skip. Ach man, ich kann, okay, du bist aber recht schnell. Bummsi-Bumms. Okay, los geht's. Muss ich denn nur vor dir wegrennen, oder muss ich dich auch bekämpfen? Oh mein Gott, ich muss ihn bekämpfen, kann das sein? und spring mit allem was du hast okay wo muss ich dich treffen machst du meinen mund auf oder so ich wette ich muss dich am kopf treffen arschloch damit habe ich gerechnet mit so einem high speed bäms feuerball und wieso kommt er aus dem mond beziehungsweise fällt der mond runter wenn dieser drache erscheint das macht alles keinen sinn hat in diesem oh mein gott spielt irgendwas schon mal sinn gemacht ich hasse dich ich sehe schon vorm das dauert wieder eine stunde oder so ja das macht spaß das macht freude okay das ist wieder ein kampf in dem auch die stage die ganze umgebung was gegen mich hat denn da unten ist loch loch tot okay wir bleiben hier stehen irgendwie hat er hier ein bisschen weniger gegen mich bumms 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 wann kommt der feuerball was muss ich machen okay okay ich muss dir ins maul ich muss dir echt ins maul schießen ich muss dir ins maul schießen okay das ist scheiße denn neben mir kommen da feuerbett und ich habe kaum platz zum ausweichen und ich bin so 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 tot drache lauf kit kit lauf ich hasse diesen boss jetzt schon gut ich habe bisher jeden boss irgendwo gehasst oh mein god okay oh god oh god okay hier bleiben wir stehen schalala und überall ist geglitschtes blut was macht das da das ist alles noch über lust von irgendeinem anderen kit So, da treffe ich dich einmal Dann treffe ich dich da einmal Was ist jetzt? Oh, noch eine Runde, natürlich Warum denn auch nicht? Also, was ist jetzt? Ähm, gelbe Dingsis Gelbe, oh mein Gott Oh mein Gott, Dingsis Okay Dieses gelbe Dingsi feuert ein Feuer Bah, was? Was bist du für ein Boss? Oh mein Gott Eine Mischung aus dem Megaman Drachen und dem Yellow Devil oder so Oh, das freut mich Oh, das freut mich Das war nämlich bei Oh Gott Und wieder eine gelbe, ne? Ja, gelb wieder Okay Wo kann ich stehen bleiben? Ich kann hierhin Dann will ich da hoch Oh mein Na, tach, kacke, tot Oh mein Gott Das sieht nach Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh, die will nicht Lauf, geht Lauf, geht Lauf, 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 lauf Ähm, äh, äh, nein Kacke Boah 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 Ist dieser Boss ein Scheiß Okay Es geht weiter mit einer neuen Runde und einem neuen Oh mein Gott, es ist der Drache Äh, es ist der Drache, der Drache Okay, wie geht das jetzt? Wir springen Wir springen und wir springen, okay Also dieser Teil ist eher lächerlich Wenn der ganze Bosskampf so einfach wäre wie dieses Lauf, Sprung, Lauf, Sprung, Lauf, Sprung Gedenz, ja Dann auch wäre das schön Aber nein, der Drache Muss ja hier Ähm, total Hardcore abgehen und Feuer spucken wie ein echter Drache Er muss uns zeigen, hey, ich bin ein Drache Ich bin ein Drache Schaut, ich spucke Feuer Yeah, ich spucke Feuer Ich bin so cool Oh mein Gott, und er hat uns gekillt Okay Kit, das wird so nix Das, das ist Kit ist nicht hitzebeständig genug, um Gegen diesen Boss hier anzukommen Lauf, Kit Lauf, 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 Lauf So schnell du kannst Und springen Wie ein Hase Wie ein Ne, Vögel springen nicht Wieso wollte ich jetzt Vogel sagen Was springt denn noch? Wüsten springen, Mäuse springen Dem Namen nach Ob sie es wirklich, wirklich, wirklich die ganze Zeit tun Ich weiß es nicht So, ähm, biologisch Wissens veranlagt Bin ich dann doch nicht Oh mein Gott, Feuerball Und da oben kommt gleich noch ein Feuerball Ja, da kommt noch ein Feuerball Und jetzt kommt hier Bums in die Fresse Und oh mein Gott, Feuerball Die hab ich ganz vergessen Da kommt noch ein Feuerball Und jetzt Jetzt gibt er sich hier den Yellow Devil Jetzt kommt erst das Bazzill-Ding von oben Dann kommt es von unten Dann kommt es von da Und ich kann dazwischen nicht durch Ich hätte nach unten gemusst Was ist das für ein Scheiß Ich mag den Boss nicht Und Gut, er hat das kürzeste Intro Er braucht drei, vier, fünf, sechs Sekunden Bis es los geht, ungefähr Das ist schön Das ist Gut, man muss auch hier Oh Gott, diesen Anfang dazurechnen Der natürlich überhaupt keinen Sinn macht Man hätte doch gleich hier die Blöcke machen können Oder hier Oder auch hier Es wäre alles kürzer gewesen Hier noch Oder hier Oder hier Aber nein, man muss es erst ganz hier Hier hinten machen Und Ich treffe Ich mache dir Schein, indem ich in den Maul schieße Habe ich zumindest das Gefühl Ich höre ein Geräusch Da, bada Da, ja Genau da In die Fresse Bam Oh, die zweite Runde Oh Gott Oh Gott Und jetzt kommt wieder Yellow Devil Okay, also ich bin aber unten auch nicht sicher Habe ich so das Gefühl Das hätte ich mir jetzt so als nächstes Nämlich überlegt gehabt Hubudu Jetzt kommt noch ein Feuerball Richtig? Richtig Oh Gott Irgendwie bist du auf der Seite Fuck, fuck, fuck Fuck die, fuck die, fuck die Schneller Fuck die, fuck die Fuck die Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein God Hubudu Komm ich so weiter überhaupt Oh, boah Ist noch eine Runde Oh Mann Ich dachte, du machst noch zwei Dein scheiß Gelb Transform Und wegflieg Und drüber Und Oder das ist immer noch Eine bestimmte Runde Schaden Ey, das ist gut Dann sehe ich, wann ich dich fahre Oh, geil Ich sollte eins und spenden Vor ich den nächsten anfangen Denn sonst habe ich gleich 10.000 Sätze offen Und weiß nicht mal mehr Was ich sagen wollte Aber das ist ja nichts Neues In diesem Spiel Da rede ich ja Jede Menge Fuck you Oh mein Gott Hüpf, okay Drache, Megaman Drache, Megaman Und du bist Irgendwie bist du total dick Du bist dicker als Wen hatte ich denn schon als dick Dick, dick genannt Wart, genau Wart, du bist Warts Kleiner Bruder Fuck you Kann ich da stehen bleiben? Das sieht so aus Als könnte ich da stehen bleiben Das macht mir gerade Angst Ja, da ist der Mond Und dann kommt da raus Der Drache Oh yeah Und wir flüchten Wir flüchten schneller, Kit Kit Gib dir mal so eine Portion So Fuck you Sonic wollte ich gerade sagen Was passiert wenn du Sonic machst Das haben wir jetzt gesehen Du stirbst Oh yeah Und nochmal der Drache Oh mein Gott Lauf 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 Hüpp 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 Oh Gott Oh 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 mein Gott Oh Oh fuck you Oh 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 Gott Wer kommt auf solche Ideen Oh Und das Hüpp Gut ich dachte schon hätte ich keinen zweiten Sprung mehr gehabt Das wäre auch sehr schade gewesen Denn dann wären wir tot Und wenn wir tot sind Können wir nicht kämpfen Und wenn wir nicht kämpfen Kann der Drache niemals tot Rums 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 Noch eine Runde Oh Nein Wir können auf jeden Fall nicht stehen bleiben Habe ich gerade rausgefunden Also das würde weh tun Okay Einmal Zweimal Wieder runter Wieder hoch Und da Bööö Drüber Jetzt stellen wir uns hier hin Das versuche ich mal auch Und dann können wir da hoch So Wo fängst du an? Hüpp 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 Okay Ich kriege keine Treffer hin Das ist unglaublich Ich kriege keinen einzigen Treffer hin Weil du so Oh scheiße getimt bist Boah leck mich doch Oder treffe ich da Irgendwo 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 Bitte 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 Okay Jetzt gibst du dir wieder Yellow Devil Und zwar kann ich hier stehen bleiben Will ich da drüber springen Will ich da drüber springen Und Huh 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 Wie habe ich den gemacht Wow Der hatte was Bams Oh mein Gott Feuerball Und jetzt wirst du wieder schneller Kann das sein? Oh mein Gott Bild ich mir das gerade noch ein Aber es wiederholt Oh es ist so angenehm Es wiederholt sich Guckt es euch Ah Fuck you Fuck you Oh mein Gott Ich Nein Was mache ich da? Ähm Kriege ich noch ein Campion ein Nein Ich stopp hier